Verben in Aktion Das Verb stehen. Stehen auf, unter, über, neben und hinter. Die Frauen stehen nebeneinander. Die Frauen stehen nebeneinander. Sie posieren für das Foto. Sie posieren für das Foto. Der Elefant steht auf der Straße. Der Elefant steht auf der Straße. Der Elefant steht vor dem Brandenburger Tor. Der Elefant steht vor dem Brandenburger Tor. Ich stehe, du stehst, er, sie, es steht, wir stehen, ihr steht, sie stehen. Der Elefant steht hinter der Tasche. Der Elefant steht hinter der Tasche. Der Elefant steht neben der Tasche. Der Elefant steht auf der Tasche. Über, neben und unter. Über, neben und unter. Die Tasse schwebt über dem Elefanten. Die Tasse schwebt über dem Elefanten. Der Aktenkoffer steht neben dem Elefanten. Der Elefant steht unter der schwebenden Tasse. Der Elefant steht unter der Tasche. Wo steht der Hund? Der Hund steht auf der Bank. Der Hund steht auf der Bank. Wo ist der Fußball? Wo ist der Fußball? Der Fußball ist unter dem Hund. Wo steht der Fußball? Wo steht der Hund jetzt? Der Hund steht vor dem Fernseher. Der Hund steht vor dem Fernseher. Und wo ist der Fernseher? Und wo ist der Fernseher? Der Fernseher steht hinter dem Hund. Der Fernseher steht hinter dem Hund. Was ist über dem Hund? Was ist über dem Hund? Was ist über dem Hund? Ich stehe auf Elefanten. Ich stehe auf Elefanten. Er steht auf Sigune. Ich stehe auf Elefanten. Worauf steht das Mädchen? Worauf steht das Mädchen? Sie steht auf Eiscreme. Sie steht auf Eiscreme. Sie steht auf Eiscreme. Der Elefant steht vor dem Auto. Der Elefant steht vor dem Auto. Wo stehen der Elefant und der Hund? Wo stehen der Elefant und der Hund? Sie stehen rechts und links vom Bild des Jungen. Wo steht der Elefant? Der Elefant steht zwischen den Hunden. 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 Das Glas steht über dem Elefanten. Das Glas steht über dem Elefanten. Der Hund steht neben dem Elefanten. Der Hund steht neben dem Elefanten. Die Tasse steht unter dem Elefanten. Die Tasse steht unter dem Elefanten. Ein Hund steht links vom Elefanten. Der andere Hund steht rechts vom Elefanten. Der Elefant steht in der Mitte vom Elefanten. Der Elefant steht in der Mitte von den Hunden. Der Elefant steht in der Mitte von den Hunden. Und jetzt? Und jetzt? Der Elefant steht über den Dingen. Der Elefant steht über den Dingen. Und jetzt? Und jetzt? Der Elefant steht auf dem Kopf. Der Elefant steht auf dem Kopf. Und jetzt? Und jetzt? Der Elefant steht auf dem Kopf. Keine Ahnung, ich mache nur Witze. Keine Ahnung, ich mache nur Witze. Keine Ahnung, ich mache nur Witze. Vielen Dank.